Es ist unaufhaltbar. Star Wars scheint aktuell auf eine ziemlich tiefe Klippe zuzurollen und niemand kann es aufhalten. Ich habe auf diesem Kanal schon häufig genug über einzelne Serien und allgemeine Kernprobleme gesprochen, die diesen Absturz von Star Wars zu verantworten haben. Aber heute möchte ich mit euch über das wahrscheinlich größte Problem der gesamten Disney Company und allen voran von Star Wars sprechen. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dieses Problem zerstört Star Wars. Viel Spaß! Okay, heute gibt es also mal wieder ein ziemlich interessantes Thema. Es ist ein Thema, das schon seit Monaten auf meiner Video-Ideenliste steht, wo mir aber einfach der aktuelle Anlass gefehlt hat. Vor knapp drei Wochen ist aber die Ahsoka-Serie zu Ende gegangen und das war wahrscheinlich so der letzte Trigger, den ich noch gebraucht habe, um dieses Video hier machen zu können. Aber worum geht es denn jetzt genau? Ich spreche in meinen Videos immer davon, dass Star Wars die größte Filmreihe aller Zeiten ist. Um genau zu sein, ist diese Formulierung ja aber nicht mehr ganz richtig. Seit dem Jahr 2003 bzw. 2008 gehören auch Serien zum damals noch ziemlich kleinen Star Wars-Kanon dazu. Auch wenn es immer Bücher, Comics und Co. gab, war das Einzige, was sich in Bewegtbild abgespielt hat, die Filme von George Lucas im Kino. Mit Clone Wars, also dem Clone Wars ohne dem The davor, wurde 2003 dann der erste richtige Versuch einer Serie gestartet und mit The Clone Wars 2008 ging es dann mit dem ersten richtig ernsthaft großen Projekt los. Auch wenn die ersten Staffeln sich noch sehr stark an Kinder gerichtet haben, hat es nicht lang gedauert, bis die Serie uns folgenübergreifende, richtig gute Story-Arcs erzählt hat. Spätestens an dem Punkt, an dem die Order 66 erklärt wurde und wir mehr von Anakins Wandel innerhalb der Serie gesehen haben, war die Serie ein essentieller Teil der Star Wars Galaxis. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass Episode 3 ein ganz anderes Erlebnis ist, wenn du The Clone Wars vorher gesehen hast. Wichtig zu erwähnen ist an der Stelle aber noch, du musst The Clone Wars nicht gesehen haben, um Episode 3 zu schauen. Wäre auch ein bisschen merkwürdig, Episode 3 ist nämlich einfach mal drei Jahre vor The Clone Wars erschienen. Im Jahr 2014 ging es dann mit der nächsten großen Star Wars Serie weiter und Rebels hat Premiere gefeiert. Diesmal war es keine klassische Erweiterung der Filme, so wie es Clone Wars eigentlich sein sollte, sondern eine eigenständige Geschichte mit neuen Charakteren. Auch wenn die Serie nicht jeder mag, wurden Ezra, Kanan und Co. schnell als ein richtiger Teil des Star Wars Universums betrachtet. 2018 kam dann auch noch Star Wars Resistance dazu, was aber eher ein Move war, um ein sehr, sehr junges Publikum anzusprechen. Damit sind wir aber jetzt schon mit der ersten Serien-Ära durch. In ganzen zehn Jahren hat Lucasfilm, beziehungsweise später Disney im Namen von Lucasfilm, drei Serien released. Eine davon ist nicht unbedingt vollwertig zu nehmen, weil sie ganz klar an Kleinkinder gerichtet ist. Und die anderen beiden sind, und das sage ich jetzt mal ganz klar so, an Qualität und Geschichte den Kinofilm nicht groß unterlegen. Auch wenn das bei Rebels jetzt viele bestreiten werden, sind wir uns bei Clone Wars, denke ich mal, alle einig. Im Jahr 2019 gab es dann aber eine Neuheit am Film- und Serienhimmel. Ein neuer Streaming-Dienst hat nämlich die Bühne betreten. Disney Plus geht online und Verkaufsargument Nummer 1 ist eine Star Wars Serie. The Mandalorian bekommt wöchentliche Folgen und das nicht auf dem Disney Channel oder Cartoon Network, sondern von nun an auf dem Streaming-Dienst Disney Plus. Auch wenn ich Staffel 1 von The Mandalorian noch echt gut fand, war das der Anfang vom Ende von Star Wars und einem anderen Franchise, das Zuschauer dieses Kanals wahrscheinlich auch kennen dürften. In den nächsten Jahren sollte nämlich eine Flut an Serien starten. WandaVision, Loki, The Mandalorian, Obi-Wan, Moon Knight, The Book of War Fett. Es gab im Jahr vielleicht einen oder maximal zwei Monate, in denen keine Disney Plus Serie gelaufen ist. Klingt ja aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ist halt viel Content für Fans, aber was genau ist denn da jetzt das Problem? Das große Problem ist, dass ein Großteil dieser Serien nach einer klaren Formel produziert und geschrieben wurden. Das heißt, all diese Serien sind im Kern gleich. Ihr glaubt mir nicht? Schauen wir uns das Ganze doch mal ganz kurz an. In den ersten beiden Folgen, die meistens auch noch ein Doppel-Release sind, stellt die Serie erstmal eine zentrale Frage in den Vordergrund. Was ist die TVA und wer steckt dahinter in Loki? Was ist mit Thrawn und Ezra passiert in Ahsoka? Was ist das Problem von Steven Grant in Moon Knight? Schafft Boba es, Tatooine zu beherrschen in The Book of War Fett? Dieses Vorgehen ist auch erstmal gar nicht so unüblich. Aber in den ersten Folgen passiert dann meistens so gut wie gar nichts. Bis zu Folge 3 oder 4 bewegen sich unsere Hauptfiguren mit Schneckentempo voran. Und pro Folge gibt es mindestens 5 Szenen, die man einfach streichen könnte. Boba, der 200 Flashbacks hat und in der Gegenwart nichts tut. Loki, der ein ganzes Ein-Episode-Abenteuer in Folge 3 erlebt. Obi-Wan, der nur gegen Riva kämpft, statt gegen Vader, den eigentlichen Bösewicht. Und dann auch noch eine Filler-Folge hat. Ahsoka, die einen Filler-Arc mit Hera hat. Es geht einfach nicht wirklich voran und scheinbar wird sich Zeit gelassen. In Folge 4 kommt dann aber die Erkenntnis, dass diese Serie ja bald vorbei ist. Und man merkt, scheiße, wir haben sowohl im Plot noch nichts erzählt, als auch unsere Charaktere noch gar nicht entwickelt. Nun heißt es also Schadensbegrenzung betreiben und die nächste Folge wird eine Charakter-Folge. Es passiert also irgendein Pseudo-gefährliches Ereignis, das unsere Hauptfigur in einen Moment der Selbstzweifel zwingt. Obi-Wan kriegt gegen Vader auf den Sack. Loki wird in eine andere Dimension oder irgend sowas gesperrt. Ahsoka wird eine Klippe runtergestoßen. Moon Knight landet im Jenseits. Unsere Protagonisten sind nun am Boden und müssen sich da wieder rauskämpfen, indem sie sich ihren tiefsten Ängsten stellen, die meistens in Form von Flashbacks auftreten, weil das halt am leichtesten darzustellen ist. Moon Knight bekommt Flashbacks von seiner Mutter. Ahsoka kämpft mit Anakin in den Klonkriegen. Obi-Wan denkt an ein Training mit Anakin. Am Ende der Folge hat dieses einfache Flashback anschauen, dann das Problem gelöst, auch wenn das häufig gar nicht erklärt wird. Und wir stehen ganz plötzlich kurz vorm Finale. Weil man ja wie gesagt die gesamte Serie über nur gechillt hat, heißt es jetzt immer noch Schadensbegrenzung betreiben. Nachdem eben versucht wurde, die Charaktergeschichte zu retten, muss man nun vom fehlenden Plot ablenken. Und wie macht man das? Epische Musik, viel CGI und ein Riesenkampf. Da wäre dann Obi-Wan gegen Vader, die Steine durch die Luft schmeißen und auf Avatar machen. Wanda, die einfach mal das CGI-Budget von drei Jahren auffrisst. Boba, der einfach auf einem Rancor reitet. Oder Moon Knight, wo einfach zwei Wolkenkratzer große Götter gegeneinander kämpfen. Am Ende gewinnen dann die Guten. Es gibt aber irgendeinen Bösen, der irgendwie überlebt hat. Es gibt einen Teaser auf Staffel 2. Und Ende. Wir haben gerade einfach mal die Haupteinnahmequelle von Disney Plus von ganzen drei Jahren in gerade einmal zwei Minuten selbst geschrieben. Wir können uns jetzt einfach mal kurz auf die Schulter klopfen. Bevor es weitergeht, eine ganz kurze Meldung aus dem Schnitt. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass ich vergessen habe zu erwähnen, dass immer noch nur 80% von euch diesen Kanal abonniert haben. Ja, ich weiß, ich sage das mittlerweile ziemlich häufig. Aber ihr glaubt nicht, wie sehr mich so ein kleiner, kostenloser Klick supporten kann. Ich nehme hier jetzt also mal wieder einfach 5 Sekunden und warte, bis ihr abonniert habt. Okay, gemacht? Perfekt. Dann gehen wir zurück ins Video. Was genau ist denn aber jetzt das Problem? Weil sind wir mal ehrlich, wenn wir Geschichten oder Serien auf diese Art zusammenfassen, dann sind sehr viele Werke ziemlich ähnlich. Das gleiche könnten wir mit Harry Potter, Star Wars, Percy Jackson und Avatar der Herr der Elemente machen und würden zu dem Schluss kommen, das ist alles die gleiche Serie. Trotzdem feiern wir die eben genannten Werke als die besten unserer Generation und Serien wie Obi-Wan und Ahsoka sind halt einfach komplett kacke. Der Schlüssel liegt hierbei an zwei verschiedenen Stellen. Fangen wir mit dem simpleren an und das ist, die wiederholen einfach die gleichen Fehler. So simpel ist es. Eine ungeheure Schwäche der ersten Marvel-Serie war das Pacing. WandaVision beispielsweise war prinzipiell eine tolle Serie, aber hatte hinten raus Probleme mit dem Pacing. Deshalb musste dann diese Charakterfolge eingeführt werden und das Finale musste möglichst groß und CGI-lastig sein, sodass keiner merkt, dass da eigentlich noch drei Folgen oder so fehlen. Die natürliche Reaktion wäre jetzt also eigentlich, diesen Fehler zu erkennen und ihn bei der nächsten Serie auszubessern. Aber was macht Disney? Genau. Sowohl Ahsoka und The Book of Warfare, als auch Moon Knight, Falcon and the Winter Soldier und Co. haben Probleme mit dem Pacing, weil sie die exakt gleiche Serienstruktur nutzen wie WandaVision. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Das ist wie, wenn ihr einen Kollegen habt, der in jedem Fach in der letzten Reihe sitzt und sich in Clash Royale in die nächste Arena schwitzt, statt im Unterricht zuzuhören. Und irgendwann bekommt ihr dann eine Hausarbeit in Geschichte auf und statt die bei dem Mädchen aus der ersten Reihe abzuschreiben, geht ihr zu fucking Manetti aus Angelo und schreibt da eins zu eins ab. Ey, das kann sich doch keiner ausdenken. Manetti ist raus. Um das also jetzt nochmal klar zu sagen. Der erste große Fehler ist, dass der gleiche Fehler immer wieder gemacht wird. Es ist schon nicht so cool, wenn jede Serie eins zu eins gleich aufgebaut ist, aber so richtig schlimm wird es, wenn dieser Aufbau dann auch noch fehlerhaft und schlecht ist. Das führt uns jetzt auch schon zu Punkt 2. Es ist nämlich nicht mal so schlimm, wenn du einen ähnlichen Aufbau bei mehreren Serien und Filmen hast. Es gibt nun mal klassische Geschichten, auf die wir Menschen gut anspringen und zu denen gehört meist auch eine Formel. Die bekannteste, vor allem unter den Star Wars Fans, ist da, wie gesagt, die Heldenreise, die uns George Lucas in Episode 4 erzählt und von vielen anderen Filmen und Serien ebenso genutzt wird. Das Wichtige bei diesen Formeln ist nur, sie müssen ein bisschen verfeinert werden. Jede Heldenreise sieht im Prinzip nämlich gleich aus und gerade weil sie auf dieser statischen Formel basiert, könnte sie auch jeder schreiben. Es sind diese Feinheiten, die entscheiden, ob deine Heldenreise zur größten Geschichte der modernen Zivilisation wird oder zu einem langweiligen Drehbuch, das in deinem Regal verstaubt. George Lucas erzählt beispielsweise die klassische Heldenreise des großen Ritters, der die Prinzessin rettet. Seine Geschichte könnte genauso gut im Mittelalter spielen, aber das tut sie nicht. Sie spielt in einer wunderbar aufgebauten und erzählten Science-Fantasy-Welt. Sein großer Bösewicht ist nicht einfach irgendein König, sondern wird sowohl handwerklich als auch musikalisch perfekt untermalt. Und sein Held führt kein normales Schwert, sondern ein kreatives, neuartiges Lichtschwert. J.K. Rowling erzählt in Harry Potter die exakt gleiche Geschichte, nur in einer geheimen Zauberwelt, in der der Bösewicht unglaublich lang und gut aufgebaut wird und die Helden keine normalen Schwerter, sondern Zauberstäbe schwingen. Es sind diese vermeintlich kleinen Details, die die im Kern gleiche Geschichte zu einer völlig neuen machen. Und eben diese Details werden auf Disney Plus komplett vergessen. In Obi-Wan und Boba sind wir mal wieder auf dem gleichen Wüstenplaneten, wie auch schon tausendmal zuvor. Reaver wird als Bösewicht nicht durch tolle Kamerafahrten oder Musik in Szene gesetzt. Ahsoka bekommt keine toll choreografierten, epischen Kämpfe. Alles wird einfach wie ein riesiges Fließbandprodukt abgefertigt. Und ja, manchmal gibt es auch gute Ansätze. WandaVision erzählt innerhalb der ersten Folgen in einem tollen, kreativen Stil. Ahsoka bekommt gute Musik und Moon Knight hält sich an die ägyptische Mythologie. Doch im Großen und Ganzen sehen wir zehnmal die gleiche Charakterfolge und zehnmal das gleiche Finale. Ohne Liebe, ohne Detail, ohne Freude. Die Grundprobleme des Ganzen sollten jetzt also relativ klar sein. Aber ich will mich heute mal ausnahmsweise nicht nur beschweren, sondern auch mal ein paar Lösungsvorschläge geben. Im Vergleich zu vielen anderen Themen ist es hier nämlich gar nicht nötig, mich ewig lang mit dem Thema zu befassen, um Lösungsvorschläge zu sehen. Es reicht, sich diese Kack-Serien alle einmal angeschaut zu haben und jede Laie sieht, was da alles falsch gemacht wird. Der erste Punkt, den ich hier anbringen möchte, ist der für mich fast schon wichtigste. Lasst bitte diese scheiß Charakterfolgen weg. Ich habe es jetzt schon häufig genug gesagt. In den Serien gibt es immer eine Folge vor dem Finale, die große Charakterfolge, in der die Charakterentwicklung des Protagonisten erst beginnt und zum Ende der Folge dann schon wieder aufhört. Der Protagonist, mit dem wir eigentlich eine lang umfassende Entwicklung im Verlauf seines Abenteuers durchmachen sollten, wird innerhalb von einer Folge abgefrühstückt. Das ist Faulheit. Normalerweise sollte das nämlich folgendermaßen aussehen. Es gibt den Plot. Das ist alles, was in der Außenwelt passiert und das Thema des Ganzen definiert. Also der Kampf gegen Thrawn, der Kampf gegen das Imperium oder der Kampf gegen sonst irgendeinen Superschock. Und dann gibt es da noch die Charakterentwicklung. Normalerweise sollte es da mehrere geben, aber um es hier mal für unsere Freunde bei Star Wars ein bisschen simpel zu halten, bleiben wir nur beim Protagonisten. Diese beiden Linien sollten parallel zueinander verlaufen. Der Plot beginnt und somit auch die Geschichte oder Entwicklung unseres Protagonisten. Wir bauen Empathie für ihn auf und erleben dann ein Abenteuer mit ihm, was ihn verändert und in sein normales Leben zurückschickt. Obi-Wan hat nach seiner Serie keine Schuldgefühle mehr, Ahsoka kann wieder lachen, Wanda ist nicht mehr besessen von Visions Tod. So sollte das sein. Aktuell sieht das aber so aus. Der Plot beginnt und es geschieht rein gar nichts auf Charakterebene. Nicht mal der Aufbau von Empathie. Kurz vor dem Finale wird der Plot dann unterbrochen, um die gesamte Entwicklung des Protagonisten in einer Folge abzuhaken und dann geht der perfekt entwickelte Protagonist ins Finale. So läuft das. Und wenn wir jetzt schon gerade beim Finale sind, mein zweiter Vorschlag ist, beim Finale ist weniger mehr. Es muss nicht immer 2000 Kämpfe geben und eine Folge voller Action. Ich muss nicht zwei riesen Götter sehen, die sich boxen oder Wanda die CGI-Wellen durch die Luft schmeißt. Konzentriert euch im Finale darauf, die eben besprochene Charakterentwicklung zu beenden und verfeinert das mit einer guten Action-Szene. Und damit meine ich keine Zombie-Sturm-Truppen oder einen komischen Schuss-Hagel, sondern ein guter Kampf, der Story relevant ist und hinter dem ein bisschen Arbeit an Choreo und Co. steckt. Um jetzt aber nicht nur über das Ende des Ganzen zu sprechen, habe ich natürlich auch noch einen Vorschlag für den Anfang der Serie. Bitte merkt euch, wie viele Folgen eure Serien haben. Ich bin kein Fan der sechs Folgen-Serien. Aber wenn es schon so wenig sind, dann schreibt auch entsprechend. Packt in die ersten drei Folgen keine Filler-Missionen oder sonst was. Bewegt euch klar auf die Haupthandlung zu und nehmt euch die Zeit für Character-Stories. Sonst merkt ihr in Folge 4 wieder, Scheiße, in zwei Wochen ist schon das Finale, bereitet das CGI vor. Und wenn wir schon dabei sind, in diesen ersten Folgen muss Empathie aufgebaut werden. Es ist unabdingbar, dass wir Empathie für unseren Protagonisten empfinden. Wenn das nicht passiert, ist uns scheißegal, was im Verlauf der Serie passiert und somit kann keine Spannung aufgebaut werden. Bei Ahsoka wurde sich beispielsweise komplett auf der Empathie ausgeruht, die in Clone Wars aufgebaut wurde und deshalb hat es in der Serie dann auch an Spannung gefehlt. Es muss Szenen geben, die ein gewisses Mitgefühl auslösen. So schlecht Obi-Wan auch sein mag, das macht die Serie ganz gut. Wir sehen ein bisschen was aus Obi-Wans Alltag, können deshalb wissen, wie er sich fühlt und bauen deshalb ein gewisses Empathiegefühl für ihn auf. Und jetzt noch als letzten abschließenden Rat, bringt Action zurück. Wenn ihr hier schon Kino für absolute Goldfischgehirne macht und ja, manchmal bin ich auch eins davon, dann haut wenigstens geile Action raus. Choreografiert Kämpfe, lasst die Schauspieler im Gym richtig schwitzen, setzt die besten CGI-Artists dran und denkt euch die kreativsten Konzepte aus. Es reicht einfach mit diesem Lichtschwert rumgefuchtel und irgendwelchen Laser-Bombardements, die gar keine Bedeutung haben. Kämpfe müssen wieder krank gut aussehen und richtig gefährlich sein. Leute müssen sterben, Hände verlieren, verbrennen, was weiß ich was. Ich will einfach wieder geile Star-Wars-Action zurück. Das sind also meine Lösungsvorschläge und ohne mich jetzt selbst zu wichtig zu nehmen, ich glaube, wenn diese tödliche Serienformel weitergefahren wird, ohne zumindest auf ein paar dieser Vorschläge zu hören, dauert es nicht mehr lang, bis Star Wars am Boden der Schlucht angekommen ist. Schreibt aber jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Was war bisher eure liebste Star-Wars-Serie? Habt ihr die Marvel-Serien auch gesehen? Ist euch die Formel beim Schauen aufgefallen? Und was denkt ihr, ist die Lösung des Ganzen? Haut all das und noch mehr gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das sehr, sehr gerne mit einem Like oder einem Abo und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.